So Freunde, David hat hier noch eine C25-3P, die Meteor 25 Schuss, Chrysanthem und Blossom. Denke ich mal, dass das so heißt. Ja, sind 25 Schuss F3 in 30 Millimeter. Was sie gekostet hat, wissen wir jetzt leider nicht. Oder willst du es noch? Nein. Nein, gut. Ich würde mal sagen, schauen wir uns mal an, den Ding. Ich nehme es auch mit ein. So, ich schaue diesmal auf der anderen Seite, sonst kriege ich auch einen Struck. Der Wind heute ist scheiße, muss man mal ganz ehrlich sagen. Macht keinen Spaß mit dem Wind. Aber wenigstens regnet es noch nicht. Das ist schon mal Fülle wert. Wenn ich gucke, unsere Pyros aus dem Norden oben, Rostock und Hasten hier sehen, da ist ja Land unter. Hier ist es noch mal. Ich sähe, das ist noch nicht. Ich schaue ich mich, aber... Ich schaue dir nicht, das ist für uns. Ich schaue die Tür hin, das ist ein Fülle. Ich schaue das, das ist nicht sicher. Ich spüße das, was ich sicher. Ich schaue es noch mal, weil ich etwas nicht. Ich schaue es auf einmal. Dann kann ich jetzt noch mal. ja also die letzten schüsse fand ich gerade ganz gut aber irgendwie hat sie mich gerade an die war of the beast erinnert in f2 nur halt mit mehr schuss ok trotzdem schön bunt pastellig ja